Wir können eine beliebige Datei an einen Beitrag anfügen und diese damit dem Team zur gemeinsamen Bearbeitung zur Verfügung stellen. Dazu klicken wir auf das Symbol der Büroklammer und wählen die Datei aus. Hier wählen wir eine Datei auf dem OneDrive. Sobald die Datei ausgewählt wurde, können wir nun eine Kopie der Datei in unser Team hochladen, indem wir auf die zugehörige Schaltfläche klicken. Die Datei wird an den Beitrag angehängt, hochgeladen und steht anschließend den Teammitgliedern zur gemeinsamen Bearbeitung zur Verfügung. Hier meldet sich ein Kollege, der unterstützen möchte und die Datei bereits zur Bearbeitung geöffnet hat. Wir klicken nun ebenfalls auf die Datei, um sie gemeinsam mit dem Kollegen zu bearbeiten. Die Word-Datei wird uns angezeigt und kann nun direkt in Teams bearbeitet werden. Wir können nun während der Bearbeitung der Datei eine Unterhaltung mit dem Kollegen starten, der die Datei ebenfalls gerade bearbeitet. Wir sehen direkt im Dokument, rot hervorgehoben, wie unser Kollege die Aufzählung im Text in eine Nummerierung ändert. Die Antwort des Kollegen wird im rechten Panel angezeigt. Zusätzlich erhalten wir eine blaue Desktop-Benachrichtigung über seine Antwort. Nun nehmen wir eine Änderung am Text vor. Dazu markieren wir den ersten Absatz des Dokuments und legen blau als neue Schriftfarbe fest. Dazu verfassen wir eine kurze Nachricht in der Unterhaltung. Nun nimmt der Kollege die nächste Änderung vor. Er formatiert einen Absatz in rot. Seine Mitteilung wird uns in der Unterhaltung angezeigt. Wir beenden nun die Bearbeitung des Dokuments, indem wir auf Schließen klicken. Die komplette Unterhaltung, die wir gerade während der Bearbeitung geführt haben, wird uns ebenfalls im Kanal angezeigt. Direkt unterhalb der Datei, die gemeinsam im Team bearbeitet wurde. Alternativ können wir über die Registerkarte Dateien gehen. Dort die soeben geänderte Datei auswählen und öffnen. Und auch hier wird uns die aktuelle Version der Datei mit der kompletten Unterhaltung angezeigt. Wir können jederzeit dem Team weitere Dateien zur Verfügung stellen, indem wir auf Hochladen klicken. Anschließend wählen wir die gewünschte Datei aus und laden sie mit einem Klick auf Öffnen in die Teams-Umgebung hoch. Zum Herunterladen einzelner Dateien markieren wir diese und klicken auf Herunterladen. Der Download auf die lokale Festplatte beginnt. Zu finden ist die Datei dann im lokalen Ordner Downloads, wie hier im Windows Explorer zu sehen. Eine andere Möglichkeit, eine aktuelle Kopie aller Dateien des Teams lokal zu speichern, bietet die Synchronisierung. Dazu müssen wir zuerst die Markierung der Datei herausnehmen, damit im oberen Bereich der Befehl Synchronisieren angezeigt wird. Nun klicken wir auf Synchronisieren und die Synchronisierung der Teams-Dateien mit dem PC wird vorbereitet. Die Dateien werden auf dem PC in einem Ordner OneDrive bereitgestellt. Zur Sicherheit muss sich der Benutzer noch einmal anmelden. Nun werden die ersten Informationen zur Arbeit mit dem neuen OneDrive angezeigt. Der Benutzer wird angemeldet und sieht zum Schluss die synchronisierten Inhalte im Windows Explorer auf der lokalen Festplatte. Dateien, die in Teams bereitgestellt werden, stehen allen Mitgliedern zur gemeinsamen Bearbeitung zur Verfügung. Die Lehrkraft kann dies als Besitzer des Teams jederzeit ändern und zum Beispiel bestimmte Dateien nur noch schreibgeschützt bereitstellen oder die Bereitstellung komplett beenden. Hierzu werden die Dateien in SharePoint geöffnet. In SharePoint wählen wir eine oder mehrere Dateien aus und klicken im rechten Teil des Fensters auf Zugriff verwalten. Nun werden alle Zugriffsberechtigungen aufgelistet. Um für die ausgewählte Datei festzulegen, dass Schüler diese nur noch lesen und nicht mehr bearbeiten dürfen, wählen wir den Eintrag Mitglieder der Klasse 8c aus und ändern den Zugriff von Kann bearbeiten auf Kann anzeigen. Das Stiftsymbol verschwindet und für den Leserzugriff wird ein Auge angezeigt. Zum Verschieben von Dateien aus Teams heraus markieren wir eine oder mehrere Dateien, wählen Verschieben und können nun entscheiden, ob wir die Dateien in ein anderes Team verschieben oder zum Beispiel auf unserem OneDrive ablegen möchten, wie in unserem Beispiel. Abschließend klicken wir auf Verschieben und die Datei verschwindet aus unserer Teams-Umgebung. Verschieben